Guten Abend, liebe Trader. Hallo? Sobald ich mein Mikro vom Boden aufgehoben habe, sollte das funktionieren. Ich dachte, ich werfe das erstmal weg. Das ist ja schon mal gewisse Idee. Ja. Das ist die Aufregung. Ja, bei so einem tollen Publikum muss auch ein bisschen Aufregung mit dabei sein. Okay. Möchtest du das aufnehmen und dann, dass wir einen offiziellen Start haben? Oder soll ich direkt irgendwie loslegen? Kannst du direkt loslegen? Macht es nun um einiges authentischer. Ich sehe nur gerade die Teilnehmerzahl, die wächst hier gerade noch. Vielleicht warten wir gerade noch eine Minute, obwohl wir fangen einfach mal an. Wer zu spät kommt, den straft das Leben. So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hilger, die Elena weiß schon so nett, mich hier vorzustellen. Vielen Dank an Tickmill hier für das Webinar und die Gelegenheit, das hier alles zeigen zu dürfen. Natürlich auch vielen Dank für alle, die heute mit dabei sind und ein bisschen was sehen, dazulernen wollen oder wie auch immer. Man darf mich übrigens auch gerne unterbrechen, Elena. Das gilt natürlich auch für dich, aber auch für alle anderen. Das heißt, man kann jederzeit hier auch Fragen dazu tun, beziehungsweise hier einfach in den Chat posten. Den Stealthrader gibt es ja jetzt schon seit, ich glaube, ein halbes Jahr. Bei Tickmill war das tatsächlich jetzt heute hier das erste Webinar, was wir zusammen machen und wir haben auch eine ganze Reihe jetzt geplant. Da kannst du ja, Elena, vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wann die Termine da sind. Das heißt, wir werden hier nicht nur bei einer reinen Vorstellung bleiben von dem Stereo Trader, sondern eben da halt auch tief in die Materie einsteigen, weil das Thema doch schon so ein bisschen komplex ist. Also was heißt komplex? Es ist zumindest so, es ist kein Fehler, wenn man weiß, was man alles damit machen kann und natürlich auch, wie man das Ganze bedient. Ich werde mal anfangen, mal so ein bisschen was dazu erzählen, will es aber auch nicht zu theoretisch machen und dann nachher switchen wir dann entsprechend auch noch in den Live-Chart. Und dann hoffe ich mal, dass wir da auch noch was zeigen können. Und ich hatte ja auch zumindest auf der Facebook-Seite geschrieben, es wird noch eine kleine Anekdote geben, wie wir überhaupt zusammengekommen sind, also Stereo Trader und Tickmill. Die erzähle ich aber nachher, aber die ist in der Tat sehr witzig. Also Stereo Trader ist, wie ja vielleicht der eine oder andere weiß, ist ja vielleicht der eine oder andere dabei, der das ja schon kennt, ist also sozusagen ein Frontend, also eine Bedienoberfläche für den Meta Trader. Ja, mit dem Meta Trader selbst hat das nicht mehr wahnsinnig viel zu tun, sondern das Ganze sieht dann letzten Endes so aus, also wie gesagt, wenn man ihn schon mal gesehen hat, also so ungefähr, ja, hier ist einiges jetzt ausgeklappt an Funktionen. Aber da muss man keine Angst haben, das geht auch wesentlich aufgeräumter bzw. reduzierter. Aber so sieht das Ganze aus. Man hat also mit dem Meta Trader an sich nicht mehr viel zu tun. Und so das Ganze ist entstanden halt aus der Überlegung, was kann eigentlich eine Plattform oder ich frage halt mal hier in die Runde, was kann eure Plattform, was kann deine Plattform? Und wenn man sich da mal so umguckt, ja, egal wie die Plattformen jetzt jetzt heißen, sei es jetzt irgendwie der Meta Trader oder eben halt auch andere Plattformen, die jetzt dann zum Beispiel halt im Web basiert sind und so weiter, beziehungsweise als Web-Anwendung laufen, die meisten Anwendungen oder beziehungsweise Plattformen können eigentlich nur das, ja, also kaufen, verkaufen, flat. Klar gibt es da noch ein paar lustige Indikatoren, kriegt man dann überall noch dazu, aber die Frage ist eigentlich, was kann die Plattform? Also was kann sie mehr und was kann sie halt bei deinem Handel verbessern? Und das ist ja die entscheidende Frage, weil kaufen, verkaufen, verkaufen und glattstellen, das ist ja die Mindestanforderung. Aber wenn man sich das wirklich mal genau anguckt und das wirklich auch mal hinterfragt, da kommt zum Beispiel, wenn man jetzt nur den Meta Trader nimmt, da kommt nichts, ja. Ich kann mir Meta Trader nur nicht mal auf einen Knopf irgendwie glattstellen und geschweige denn, habe ich irgendeine Möglichkeit, meinen Entry zu verbessern oder meinen Exit zu verbessern und damit auch letzten Endes mein Ergebnis zu verbessern. Und so fing das Ganze halt mal irgendwann an vor drei Jahre, vier Jahre, ist es mittlerweile her, anfänglich halt nur eigentlich mit einer Idee, was kann ich machen, um halt irgendwie zum Beispiel besser in den Markt zu kommen. Ich habe halt selber viel den DAX gehandelt und der hat ja so auch mal die Angewohnheit, gerne mal irgendwie in eine Richtung halt wirklich sehr schnell zu laufen, also zu squeezen. Und das sind so typische Sachen, ja, wenn man da zum Beispiel mit einer ganz normalen Limit Order als Beispiel unterwegs ist und dann hat man halt echt ein Problem. Das war heute übrigens wieder, da ist der DAX mal halt eben 40 Punkte innerhalb von einer Sekunde runtergekippt. Wer da eine Limit drin hatte, der ist halt einfach nur geslippt worden und es war teuer. Und so fing das Ganze halt an, also eigentlich mit einer Funktion, also die Limit Pullback Order, nur mal als Beispiel, also das ist jetzt nicht die einzige Funktion im Stereo Trader, aber es ist nur mal ein Beispiel, damit man mal sieht und versteht, was damit überhaupt gemeint ist, ja, weil der Titel von dem Webinar heute heißt ja auch nachweislich profitablerer Handel und das ist auch so, ja, also das ist nicht einfach nur eine Behauptung, sondern das lässt sich halt auch beweisen. Also erstmal halt durch die ganzen Erfahrungsberichte von den einzelnen Usern, die ja auch immer wieder fleißig in, sei es in der Facebook-Gruppe oder auch auf der Facebook-Seite, da ihre Erfolge da entsprechend halt auch zeigen und ein Beispiel oder der Klassiker ist die Limit Pullback Order und damit ist das Ganze eigentlich entstanden. Und ich zeige das mal am Beispiel, was das überhaupt ist. Also eine Limit Order kennt man ja, ja, das heißt also einfach, man hat irgendwo, wie zum Beispiel hier im DAX, und das war auch übrigens ein Live-Beispiel, und das heißt, man legt hier irgendwo zum Beispiel hier oben eine Verkaufsorder, da war der DAX bei 12.900, also gar nicht so lange her, die ganze Geschichte. DAX war bei 12.900 und jetzt zum Beispiel, um eine Verkaufsposition zu eröffnen, beziehungsweise Short zu gehen, setze ich also hier mein Limit, das heißt, wenn der Kurs von da unten da drankommt und dann bin ich an der Stelle Short. So, das ist ja ganz klassische Limit Order. Und auf der rechten Seite haben wir genau das Gleiche, also das ist auch hier nicht irgendwie im Foto montiert oder so, sondern es ist wirklich halt auch gleichzeitig, das ist übrigens auch eine Geschichte, die man mit dem Stereo-Trader machen kann, das heißt, ich kann ein und dasselbe Instrument gleichzeitig auf unterschiedliche Arten und Weisen handeln und sehe nicht jeweils die Orders von dem anderen Chart. Man kann das also wirklich komplett separieren. Hier oben steht auch drüber, hier ist der ex-normale Modus und hier oben ist Limit Pullback. So, das ist die gleiche Ausgangssituation auf beiden Seiten. Also jeweils liegt die Order exakt an der gleichen Stelle, nämlich bei 12.900 und der DAX kommt von unten. So, wenn jetzt halt der Kurs nach oben läuft, ich muss das hier leider so ein bisschen scrollen, ich hoffe, das geht, aber wenn der Kurs nach oben läuft, das heißt, ich bin hier dann eben an der 12.900, ist noch ein bisschen geslippt worden hier, im Positiven sogar, und werde ich halt hier gefüllt. So, das heißt, hier ist aus der ursprünglichen Order ist jetzt eine Position geworden. Hier war voreingestellt Stop-Loss mit 10 Punkten, entsprechend liegt der Stop-Loss jetzt nach dem Fill auch direkt hier oben und also ganz normale Situation hier auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite sieht man die Limit Pullback Order, da ist nämlich was ganz anderes passiert, der Kurs ist drüber gegangen und die Order hängt sich erstmal dahinter. Das heißt, ich habe noch gar keine Position hier. Hier bin ich direkt schon im Verlust, ja, mit jetzt einem Euro an der Stelle knapp und hier eben noch nichts passiert. Und das ist eben diese Mechanik, diese Logik, die sich hinter der Pullback Order verbirgt. Das heißt, die Order, beziehungsweise der Steer-Trader, wartet erstmal, bis der Kurs auch wieder in die Richtung geht, in die ich eigentlich möchte. Weil das grundsätzliche Problem bei jeder Limit Order ist ja immer, dass ich halt gegen die aktuelle Richtung handele. Immer, ja, sonst würde der Kurs ja nicht dahin kommen, wo ich eigentlich will. Das ist zwar nur im ganz Kleinen, also im Tick-Chart dann letzten Endes, wo das passiert, aber ich handele immer erstmal gegen die Bewegung. Und der Steer-Trader macht das ein bisschen anders, das heißt, der guckt erstmal, alles klar, da war jetzt das Level, da hänge ich mich erstmal dran und warte, bis der dreht. Und das Ganze geht dann so weiter, ja, also hier auf der linken Seite, da läuft die Position ganz normal in den Verlust und auf der rechten Seite, ich bin immer noch nicht gefillt, ja. Obwohl ich jetzt hier mittlerweile sechs Punkte über meinem eigentlichen Entry, wo ich halt rein wollte, schon stehe und ich habe immer noch keinen Fill. Und hier könnte ich jetzt auch genauso gut sagen, ach nee, lasst mal, ich mache den Trade überhaupt nicht. Auf der linken Seite gucke ich halt nur zu. Und das heißt, ich habe hier direkt schon mal eine Verbesserung von sechs Punkten, ungefähr jetzt an der Stelle, die ich halt einfach sozusagen geschenkt bekomme, ja, durch die Automatik, die dahinter steht. Weil, macht ja auch Sinn, erst dann reinzugehen, wenn es wirklich dreht. Es sei denn, ich bin so gut im Trading, dass ich halt wirklich schon vorher weiß und eine Glaskugel habe und weiß ganz genau, an welcher Stelle der dreht. Aber ich meine, es dürfte allen klar sein, die Glaskugel hat keiner. Ja, und das hier ist halt einfach ein ganz alltäglicher, oder eine ganz alltägliche Herausforderung sozusagen, ja, den richtigen Entry zu erwischen. Und am liebsten, wenn man short ist oder auch long, hat man ja am liebsten den Peak. Und das gelingt eben mit dem Stilator halt regelmäßig. Und das Ganze geht dann entsprechend so weiter. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Rücklauf gehabt. Ja, das sieht man jetzt in der Kerze hier auf der rechten Seite. Ich hoffe, man kann das erkennen. Dort habe ich halt einen kleinen Rücklauf. Ja, also einfach nur hier durch den Docht ist es entstanden. Und da hat der Stilator jetzt die Position erst eröffnet. Das heißt, hier an der Stelle rund sechs Punkte besser. Und auf der linken Seite, klar, weiter nichts passiert. Und, oder vier Punkte war es jetzt hier besser. Und auf der linken Seite halt die Position nach wie vor halt hier im Verlust. So, und hier jetzt nur minimal erstmal. Und das Ganze geht weiter. Auf der linken Seite, der Kurs geht höher, ausgestoppt, ist ein Loser. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, ja, weil ich gegen die Bewegung handele. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob der Entry hier so clever war, aber darum geht es ja nicht, ja. Aber das ist eben das Problem gegen die Bewegung. Und das ist halt dann auch die Regel. Und zehn Punkte Stop-Loss waren es hier, hat nicht gereicht, weil er halt eben zwölf Punkte drüber ist. Auf der rechten Seite, klar bin ich jetzt natürlich auch im Verlust, aber ich bin eben noch drin. Und habe immer noch vier Punkte besser meinen Trade an der Stelle platziert. Und selbst wenn ich jetzt hier sage, na gut, funktioniert nicht, ich gehe halt glatt, habe ich vier Punkte geschenkt bekommen. Und so geht das Ganze dann letzten Endes aus, beziehungsweise ist es ausgegangen. Ja, also hier sowieso, da ist nichts mehr zu retten. Der ist weg. Den hätte ich halt höchstens nochmal manuell machen müssen. Und auf der rechten Seite hat es aber eben gereicht, weil ich halt eben in der kurzfristigen Bewegung drin war. Jetzt könnte ich hier natürlich sagen, na gut, der ist mir zu hoch gelaufen. Ich gehe raus oder ich behalte den Einstieg, wie er ist. Also wie auch immer. Und das ist halt eben das, was zum Beispiel so eine Limit Pullback Order halt macht. Und das ist halt auch die Regel. Ja, das ist jetzt irgendwie keine Ausnahme, dass halt sowas passiert. Das ist halt wirklich die Regel. Und das ist halt ganz klar. Ich meine, mal vorausgesetzt, ich erzähle hier keine Märchen und mache hier keine Foto-Montagen mit Photoshop, was natürlich nicht der Fall ist. Das ist halt einfach tägliche Realität. Wenn man halt mit dem Mysterio Trader arbeitet, kann man sich die Geschichten hier auf der linken Seite sparen und hat dafür die auf der rechten Seite. Natürlich ist es auch kein Garant, ja, dass es immer gelingt. Das ist halt auch klar. Und manchmal habe ich halt auch, wenn ich wirklich meine Limit Order so perfekt gesetzt habe, ja, dass ich wirklich genau den Wendepunkt erwischt habe, auf den Punkt genau, dann verliere ich an der Stelle vielleicht auch mal einen Punkt, ja. Und klar, selbst wenn der Kurs reagiert und dann weiterläuft, kann auch passieren, aber trotzdem habe ich immer noch dann auch den geringeren Verlust. Und das ist halt, glaube ich, auch so im Mysterio Trader die beliebteste Funktion oder wo ich halt auch wirklich am meisten Feedback dazu bekomme und wo sich die Leute einfach regelmäßig bedanken oder auch freuen, ja. Also, wenn man zum Beispiel halt eine Short, irgendwo an der Stelle Short gehen will und der DAX macht halt einen Squeeze oder der Dow, ja, und springt einfach mal 30 Punkte nach oben, was ja ständig passiert. Und wenn man halt mit der Limit Pullback unterwegs ist, freut man sich da halt einfach. Klar, weil alle Aktionen sind raus aus dem Markt und man selbst hat halt einfach den Peak erwischt. Und das läppert sich natürlich halt auch letzten Endes. monetär macht das natürlich auch viel aus, weil wenn man das Ganze halt mal ein bisschen hochrechnet, also nur mal als Beispiel, ich mache, ich sage mal, einen Punkt pro Trade, ja. Ich gewinne nur einen Punkt pro Trade, sagen wir jetzt einfach mal hier mal. Mache vier Trades pro Tag bei 10 Euro pro Punkt und 20 Tagen im Monat. Wenn man das jetzt einfach mal unterstellt, theoretisch, ja, dann sind das 800 Euro im Monat und bezogen auf ein 10.000-Euro-Konto sind das 8%. Ja, und das sind im Jahr 8 mal 12, das sind wir fast bei 100%. Das heißt also, allein diese Limit Pullback Order, wenn sie nur einen einzigen Punkt in der Regel oder im Durchschnitt schenkt, sind bereits, können dafür verantwortlich sein, wenn ich als Beispiel sonst nur Null auf Null handele, dass einfach mein Konto noch da ist, ja, oder halt eben, dass ich 100% besser liege. Und ich glaube, das ist so eine Rechnung, die macht man sich viel zu wenig bewusst, aber das ist halt die Realität, ja. Und das sind keine erfundenen Geschichten und das ist auch mit einem Punkt pro Trade extrem tief gegriffen, weil in der Regel ist es mehr, im Durchschnitt ist es wirklich mehr, was daraus kommt. Aber das ist halt nur mal ein Beispiel und weshalb auch die, alle die, die den Stereo-Trailer verwenden und auch mit Limits arbeiten, was ja halt wirklich die meisten ja auch machen, also mit Limits arbeiten, die sagen halt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne Stereo-Trailer überhaupt funktionieren kann, ja, weil das halt einfach ein Vorteil ist. Und wer das nicht macht, der verschenkt es halt einfach. Ach, das kann man wirklich, glaube ich, genauso sagen und das ist auch nicht irgendwie hier groß auf den Kessel gekloppt, das sind einfach Fakten. Und man kann das ja auch ausprobieren, sei es im Demo-Konto oder halt eben auch im Live-Konto. In den Stereo-Trader gibt es ja hier bei Tickmill, damit man da mal ein Gefühl dafür bekommt und auch dann relativ schnell verstehen sollte, dass das schon die Realität ist, ja. Im Swing-Trading mag das jetzt natürlich nicht so relevant sein, aber auch da kann man das verwenden, wenn man halt dann einfach zum Beispiel diesen Wert, ja, den so ein Kurs zurücklegen muss in meine Richtung, den kann man ja auch variieren, ja. Der war jetzt hier vorhin bei dem Beispiel, da alles noch mal zu zeigen, bei dem Beispiel war der auf einen Punkt eingestellt. Das heißt, ich habe ihm gesagt, wenn er einen Punkt zurückgeht und dann, dann fehlen mir die Order und vorher nicht. Ich kann die genauso gut auf 20 einstellen oder 100 oder wie auch immer. Das heißt, auch im Swing-Trading, klar, kann man das verwenden, nur wird es dort nicht ganz so krass ins Gewicht fallen, ja. Und das ist halt nur mal ein Beispiel, diese Limit-Pullback-Order. Eine andere Geschichte ist die, also das war jetzt halt für einen Einstieg, die Limit-Pullback, wobei ich die aber auch für den Ausstieg verwenden kann. Das würde ich aber dann eher nachher mal in der Plattform selber zeigen, vorausgesetzt, die Zeit reicht dafür. Und, also wie gesagt, für Einstieg und Ausstieg, aber halt klassische Ausstiegsvarianten. Was hat man da? Da komme ich halt noch mal zur Kernfrage, was kann deine Plattform? Der Metatrader kann halt vielleicht maximal mal irgendeinen Trailing-Stop, ja, wo ich dann halt irgendwie sage, na gut, lauf dem Kurs mal irgendwie im Abstand von 10 Punkten hinterher. Das bringt rein gar nichts, ja. Dann kann man halt auch an der Stelle rausgehen. Da muss man schon wirklich Glück haben, dass das halt in irgendeiner Form irgendwas verbessert. Das funktioniert in der Regel nicht. Und man kommt im Durchschnitt nicht weiter als dort, wo man einfach auf den Knopf gedrückt hätte. Was ja auch klar ist, ja, weil er läuft mal weiter und läuft mal nicht. Also habe ich letzten Endes eine Chance von 50-50, dann kann ich es auch gleich lassen. Und da gibt es halt auch bessere Varianten. Das kann zum Beispiel der Stereo-Trader eben auch. Nur mal ein Beispiel hier im Trading-Stop, der jetzt halt hier nach markttechnischer Logik, also nach Außenstäben, dann halt zum Beispiel arbeitet. Das heißt, der guckt sich halt an. Also hier ist eine Long-Position, ja. Also hier unten sieht man das noch, da ist mein Fill. Dort war eine Long-Position. Und dieser markttechnische Trading-Stop ist halt in der Lage, halt Außenstäbe zu erkennen. Beziehungsweise halt an der Stelle ist es halt so, dass der halt den Stop-Loss, der auch hier eingezeichnet wird, automatisch, dass er den halt im Abstand von, hier sind eingestellt, acht Punkte, das kann man wahrscheinlich nicht wirklich sehen, acht Punkte führt er letzten Endes dem Trading-Stop, also hier den Stop-Loss, unter der Kerze hinterher, also am Tief der Kerze, minus acht Punkte, die den höchsten Schlusskurs gemacht hat. Das heißt, ich brauche immer einen höheren Schlusskurs, sieht man ja hier, ja. Und dann wird der halt hinterher gezogen. Also hier zum Beispiel, da gab es halt einen Sprung, das war ein Innenstäbchen, da ist nichts passiert, entsprechend ist der Stop-Loss auch nicht bewegt worden. Hier gab es nochmal ein neues Hoch- und einen neuen höheren Schlusskurs, hier ebenfalls und so weiter, ja. Und bis da oben hin geht die Geschichte. Und damit kommt man halt eben auch in der Regel viel weiter in einem Trade. Auch schon ganz oft gezeigt in der Gruppe, also jetzt, ich habe ja eine Gruppe bei Facebook, wo ich ja eben auch jeden Tag Setups und so weiter vorstelle, aber da muss ich halt wirklich sagen, da sind die User, die da auch mit in der Gruppe sind, machen das teilweise besser als ich. Ich vergesse manchmal selber solche Funktionen. Und die dann halt einfach einen Trading Stop anwerfen, also wie jetzt zum Beispiel diesen. Und die kommen damit halt einfach wesentlich weiter, ja. Weil halt, also hier sagt mir einfach der Markt, da ist es vorbei. Ich habe hier zum Beispiel, deswegen war das auch hier mal eingezeichnet, da waren halt zwei Widerstände, ja. Da hätten wir ja gesagt, ja, hier an den Widerstand, jetzt nur mal als Beispiel, das hat jetzt keinen Bezug. Also man kann es jetzt hier nicht im Bild sehen. Aber da war halt zum Beispiel ein Vortages-Fibo, da hätte man gesagt, na ja, das wird eng, da kommt der bestimmt nicht drüber. Oder hier, hier habe ich so eine komische schwarze Kerze, die sieht fast aus wie ein Shooting Star, der kommt bestimmt runter. Das kann man sich halt alles schenken, solche Überlegungen. Der Markt teilt mir mit, wann es vorbei ist und der Stereo-Trader versteht es. Und das sind halt eben auch solche Geschichten, die kann man auch entsprechend backtesten. Das heißt, man kann das auf den Prüfstand stellen. Und zum Beispiel diese Art von Trading Stop, die sagt mir einfach, in rund 75 bis 80 Prozent der Fälle, wenn dieser Stop gerissen wird, ja, wenn das so eingestellt ist, gibt es in 75 bis 80 Prozent der Fälle, wenn nicht mehr, gibt es erst mal kein neues Hoch, ja. Natürlich kann auch immer mal irgendwie runterkommt es und spike und dann geht es doch weiter, ist aber nicht die Regel. Und eine Regel, wenn der gerissen wird, egal, ob ich jetzt in fünf Minuten, eine Minute, eine Stunde oder 15 Minuten unterwegs bin, wenn der Trading Stop gerissen wird, gibt es erst mal kein neues Hoch. Und das heißt, ich muss mir halt einfach nicht den Kopf zerbrechen über das, über meinen Exit. Ich muss keine Entscheidung treffen an der Stelle, an der Stelle treffen, sondern, wenn ich das laufen lasse, wo ich die Automatik nutze, weiß ich, statistisch war die Entscheidung richtig. Ja, und das ist halt auch ein ganz wesentlicher Vorteil, auch ein psychologischer Vorteil, weil man eben die Entscheidung nicht tragen muss an der Stelle, sondern man weiß, okay, die Statistik sagt mir das, also verlasse ich mich drauf. Und selbst wenn es dann irgendwie dreimal hintereinander falsch war, ja, dann wird es halt eben die nächsten sieben Male wieder richtig gewesen sein. Und das sind eben Dinge, die kann man nutzen, sollte man auch nutzen. Und wir haben da letztes Mal, ich glaube, das war bei den NFPs, vor einem Monat auch in einem Webinar, da hatte ich halt auch einen Entry genannt für den Dow Jones. Und da hat auch jemand den Trading Stop benutzt, also auf 15 Minuten, genau diese Art und Weise. Ich bin manuell wirklich nach 100 Punkten plus raus, wie ich gesagt habe, erst mal flat. und einer aus der Gruppe, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, hat es auch gepostet, ja, ich habe den Trading Stop drin und der hat nachher irgendwie mit 270 oder 280 Punkten aufgelöst, ja. Da hat der Trading Stop gesagt, so, hier ist Schluss. Also dreimal so viel fast wie ich halt manuell an der Stelle, weil ich dachte, ja, man neigt ja dazu zu denken, was ja beim Handeln ganz oft ein Fehler ist, weil ich dachte, naja, hier bremst der erst mal. Und der Handel hat es aber halt eben gezeigt, beziehungsweise hat mich eines Besseren belehrt und der Trading Stop zum Beispiel hat es halt auch wunderbar eingefangen. Und deswegen ganz wichtig, es sind alles nicht Sachen, die ich einfach nur erzähle, sondern A, sie sind halt wirklich auf dem Prüfstand gewesen, im Backtest. Daher kommen solche Geschichten ja halt auch, dass diese Funktionen drin sind. Und eben ist es das, was halt eben auch die Anwender entsprechend berichten. Anderes Beispiel hier, man kann auch mehrere Exits kombinieren. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen viel, aber es ist jetzt auch gleich vorbei schon mit der Theorie. Man kann zum Beispiel halt auch verschiedene Geschichten kombinieren und hier mal kurz am Bild erklärt, wie das Ganze aussieht. Also hier war es zum Beispiel halt, ich hatte hier eine Short-Position an der Stelle, weil ich halt der Meinung war, naja, da unten muss der noch hin, da unten, wo mein Take-Profit liegt. So, wie man ja manchmal so komische Meinungen hat. Und das war auch noch tatsächlich Freitag. Ja, das ist auch schon ein bisschen länger her. Also freitags muss man, glaube ich, nicht mehr unbedingt irgendwie um 16 Uhr noch was aufmachen. Aber gut, war damals halt so. Und das ist halt nur ein Beispiel. Und hier habe ich zum Beispiel halt die Herausforderung, also ich bin Short, da unten will ich hin, ich weiß aber nicht, ob er da hingeht. Also habe ich hier mehrere Sachen kombiniert, weil danach wollte ich halt eben auch weg und wollte nicht die ganze Zeit auf, oder konnte auch nicht die ganze Zeit auf den Chart gucken und habe dann so verschiedene Geschichten kombiniert. Auf der einen Seite einen Time-Exit. Ja, ich habe halt hier im Stealthrader eingestellt, um 21.59 Uhr bin ich raus, egal was los ist, ja, egal wo mein Trade dann steht, weil ich nichts ins Wochenende mitnehmen wollte. Außerdem sollte ich zwischendurch irgendwie flat sein, ja, also sei es jetzt hier im Stop-Loss, Trading-Stop oder was auch immer, dann auch außerdem alle Orders löschen, weil ich bin hier oben Short und habe hier unten eine Long Order und jetzt muss man von dem Meta-Trader denken, mal so ein bisschen wegkommen. Ich kann mit einer Long Order, kann ich Teilverkäufe machen oder generell mit Orders kann ich Teilverkäufe machen. Ich bin hier mit 25 Euro pro Punkt, war ich an der Stelle Short und hier unten liegt eine Kauf Order mit 10 Euro pro Punkt. Das heißt, wenn die gefüllt wird, habe ich nicht etwa hier einen Long Trade drin, sondern ich bin einfach nur mit 15 Euro pro Punkt Short. Diejenigen, die aus dem Future kommen, werden es kennen. Daher kommt auch dieser Ansatz, das kann man mit dem Mysterio Trader so machen und ist auch standardmäßig so eingestellt, dass immer alles verrechnet wird. Das heißt, ich habe immer nur einen Break-Even, der mir angezeigt wird und alle Orders werden halt so lange verrechnet, bis ich entweder Null bin oder halt auch gedreht. Und im Meta-Trader ist es ja so, dass ja dort immer, habe ich für jede einzelne Position beziehungsweise für jede einzelne Order habe ich einen einzelnen Stop-Loss und einen einzelnen Take-Profit. Das kann in einigen speziellen Fällen kann das sinnvoll sein, aber es ist doch, würde ich mal behaupten, hauptsächlich unübersichtlich, wenn man so handelt. Und wenn man es nicht anders kennt, sagt man, ja, passt schon. Aber ich glaube halt, wenn man sich darauf mal eingeschossen hat, ist es doch ein wesentlich höherer Handelskomfort, zumal der Stereo da eben auch statistisch alles mit erfasst. Also der sagt mir auch immer ganz genau, wo stehe ich tatsächlich aktuell in meinem Trade und zwar immer angefangen von der ersten Teilposition, die ich eröffne, bis dahin, wo ich schließe. Ich muss auch nie mitrechnen oder irgendwas. Aber das nur am Rande, das machen wir separat in einem Webinar. Aber das nur mal zu erklären, wie das gehen kann, dass hier unten jetzt zum Beispiel halt eine Long Order liegt. So, ich habe also kombiniert Trading Stop, der ist hier eingestellt. Hier gibt es so ein Panel, da kann man halt einfach Trading Stop, Suppliers und so weiter halt alles einstellen. Man kann das halt auch entsprechend mit der Maus alles machen. und das ist alles aktiviert. Und das heißt, hier an der Stelle, ich hoffe, man kann sehen, wo ich meine Maus bewege, an der Stelle, sobald der Kurs dahin kommt, wird der Trading Stop aktiviert. Also nicht sofort, ja, ich wollte also hier erstmal eine Bewegung haben, dann wird der Trading Stop aktiviert. Hier unten, da war so ein Pivotpunkt, da hätte ich jetzt erstmal einen Teilverkauf gemacht und wenn er da unten hinläuft, Take Profit und alles ist flat. So, dann ging das Ganze halt los. Gut, das ist jetzt hier nicht so wichtig, aber eine Stunde später halt nichts passiert, typisch Freitag, ja, vier Punkte vorne und da muss ich mir halt auch keine Gedanken machen, sondern kann einfach laufen lassen. Und hier nochmal ein Kurs, ja, wo man halt den Side Exit zum Beispiel einstellen kann und so lief das Ganze dann halt an. Also hier ist, der Kurs ist hier hingelaufen, die Automatik ist hier von dem Trading Stop bis hier angeworfen worden und wie man sieht, zieht er halt hier nach der gleichen Logik, die ich vorhin für den Long gezeigt habe, zieht er jetzt hier zum Beispiel für den Stop Loss entsprechend, äh, für die Short Position den Stop Loss hinterher, nach der gleichen Logik. Teilverkauf sieht man hier, ja, das war nachgestellt übrigens, das war zwar ein Live Trade, aber ich habe das nachgestellt und weil ich vergessen habe, das irgendwie, oder beziehungsweise ich war ja halt auch nicht da, aber ich fand das halt ein schönes Beispiel. Aber hier sieht man, hier ist zum Beispiel halt der Long gefüllt worden und ich bin an der Stelle, das kann man nur hier nicht erkennen, die Position ist reduziert. Ich bin jetzt nur noch mit 15 Euro pro Punkt Short und schön wäre natürlich, wenn er da hinten hinläuft und so ist das immer, wenn wir den Recht haben, ja, der läuft unbedingt da unten hin, mhm, hat er aber nicht gemacht. Er hat kurz vorher gedreht und, ähm, hier sieht man halt, wie wertvoll halt das an der Stelle war. Das heißt, um 21.59 Uhr war ich nicht im Take Profit da unten und da hat einfach mein Time Exit zugeschlagen, weil auch der Trading Stop war nicht gerissen, ja, also der, der schwebte einfach hier unter dieser Kerze, unter dieser, die das letzte Tief gemacht hat, ist einfach nichts mehr passiert. Und wenn man das jetzt nicht gehabt hätte, ja, dann wäre man halt mit einer Position ins Wochenende gegangen und so war das halt einfach mal, ähm, so behaupte ich doch, eine ganz brauchbare und geschickte Kombination von den Automatiken, die drin sind. Manuell hätte man das so nie hinbekommen, also zumindest nicht ohne den ganzen Stress, ja, weil es war halt irgendwie dann, äh, fünf Stunden hat die ganze Geschichte gedauert und es war halt einfach tatsächlich der perfekte Exit, obwohl da unten der, äh, Take Profit nicht erreicht wurde und ich musste halt einfach währenddessen nichts machen. Und das ist halt eben zum Beispiel, jetzt halt auch nochmal so was, wo man halt, äh, die Automatiken nutzen kann, weil, wenn man nochmal darauf zurückkommt, ja, wenn man sowas macht und stellt dann irgendwie nach einer Stunde fest, boah, vier Punkte, ich gehe lieber mal raus, ja, so, und, das kann man ja mal vergleichen, also hier waren es halt irgendwie jetzt, äh, 112 Euro und, aber durch die Automatik ist da rausgekommen irgendwie 1118 Euro. Das war auch ein realer Trade, also, sind jetzt auch keine erfundenen Zahlen, aber geht ja auch nicht um die Größe von der Zahl, sondern das kann ja jeder auf seinen, ähm, auf seinen Konto ja entsprechend logischerweise anpassen. Also, wenn jemand mit kleinen Positionen unterwegs ist, spielt da keine Rolle, ob das dann irgendwie 100 Euro statt 10 Euro waren äh, oder 1000 statt 100, ja, das ist ja halt, das muss ja jeder letzten Endes natürlich auf sein Konto halt auch abstellen. Dazu muss es ja passen. Aber es ist natürlich eben ein Unterschied, ja, den menschlichen Faktor einfach rausgenommen, Automatik rein und, äh, und dann was anderes gemacht und der Stereo Trader regelt es halt an der Stelle. Und, ähm, das hat eben auch so der, der Grundgedanke, also, ich habe einen besseren Einstieg, wie zum Beispiel durch die Trading, durch die Limit Pullback Order, ich habe einen verlässlicheren Exit und damit halt ein besseres Ergebnis. Und das ist so die Grundphilosophie im Stereo Trader und, ähm, von der ich halt nach wie vor halt wirklich überzeugt bin, weil ich das ja ursprünglich auch nicht gemacht habe, weil ich mir gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt hier hin, mache jetzt irgendwie eine neue Plattform, auf die die Welt gewartet hat. Es ist ja alles ganz, ganz anders entstanden, nämlich aus einer Idee, ja, weil ich ja selber gehandelt habe und irgendwie da tausende Stunden mir immer wieder den Bildschirm angeguckt hat und mich gefragt habe, meine Güte, warum kann irgendwie nicht jede Plattform so was, wie zum Beispiel halt eine Limit Pullback, wenn der Kurs sich doch nur mal üblicherweise so bewegt, muss das Ding das doch können. Und daraus ist es ja halt entstanden. Und, ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Geschichten, aber wie gesagt, soll jetzt nicht zu viel werden. Man kann auch zum Beispiel Tendenzen handeln, ja, mit dem Stereo Trader. Man kann halt sagen, naja, gut, der ist eher long, eher short. Und, ähm, das geht zum Beispiel halt auch und, ähm, das jetzt hier nur mal als Beispiel, ähm, das ist zwar schon ein bisschen spezieller, aber halt, wo der DAX zum Beispiel, dann sieht man im Hintergrund grau, äh, wo der nur seitwärts gelaufen ist, über den Zeitraum irgendwie von sechs Monaten, ne, von drei Monaten war das halt hier und die, äh, Tendenz Automatik ist einfach immer long gegangen, ja. Und das ist zum Beispiel dann halt herausgekommen, ja, also die blaue Kurve. Und, ähm, das heißt, man kann zum Beispiel auch automatisch das Rauschen handeln und sehr effektiv, wenn man das halt, ähm, gezielt einsetzt und, äh, kann das schon recht viel bringen. Vor allem ist es natürlich wesentlich bequemer, ähm, weil man halt eben auch da nichts weiter zu tun muss. Das heißt, man sagt, okay, an der Stelle eher long und dann lass das Ding halt mal machen, ja. Auch eine sehr gerne genutzte Funktion und auch sehr effektiv. Aber das sind alles Themen, also alles, was wir jetzt hier angesprochen haben, werden wir mal im, ähm, in einzelnen Webinaren mal ganz genau noch auseinandernehmen beziehungsweise dort werden die ganzen Funktionen auch entsprechend nochmal im Detail erklärt, wie man das anwendet. Das hier alles soll ja nur ein Überblick werden, äh, ein Überblick sein über das, was der Stereo Trader eben kann. ja, das ist mal noch längst nicht alles, also wir kratzen hier wirklich ganz grob nur an der Oberfläche, da geht's noch wesentlich tiefer und da steckt noch wesentlich mehr dahinter. Aber das halt nur mal so für diejenigen, die den Stereo Trader noch nicht kennen, dass die mal eine Idee bekommen, ja. Und wenn man jetzt das mal vergleicht, äh, mit den üblichen CFD- und Forex-Plattformen, ja, die alle immer schöne Knöpfe haben zum Kaufen und Verkaufen und, ähm, dann ist, glaube ich, das doch eigentlich eine Geschichte, die man schon fast nicht mehr vergleichen kann, ja. Und, ähm, die so, ich finde, wenn man ernsthaft handelt, egal, ob man jetzt den Stereo Trader benutzt, natürlich bin ich befangen, natürlich sage ich, holt euch den Stereo Trader und nichts anderes, aber, ähm, es gibt bestimmt auch andere Plattformen, die ähnliche Funktionen haben, man sollte wirklich, ähm, schon Dinge benutzen, die einem halt helfen, also die Automatiken von Plattformen einsetzen, weil sie einfach nachweislich letzten Endes halt mehr bringen. Und wer das nicht macht, weiß ich halt nicht, ja. Also, das, ähm, muss jeder selbst wissen, aber gerade im CFD-Bereich macht es absolut Sinn. Und last but not least, vielleicht auch mal hier noch ein paar Leute, die dann mittlerweile halt, äh, mit im Boot sind. Und, ähm, weil das war natürlich auch immer so mein Ziel von der ganzen Geschichte, dass ich halt wirklich um den Stereo Trader, drumherum, mir auch entsprechend professionelle Händler und Coaches, ähm, halt auch scharen kann. Und, ähm, also Leute, die wirklich das schon zehn Jahre und länger machen, ja, und weitaus professioneller handeln, als, als ich das mache, wobei ich jetzt vielleicht auch nicht der Schlechteste bin. Ähm, und das war mir halt auch wichtig, dass halt einfach wirklich gestandene Leute sich, äh, hinstellen und sagen, hol dir den Stereo Trader, das macht Sinn, ja, das macht nichts anderes als ein CFD, sondern, äh, weil ich vertraue eben auch dem Stereo Trader und das sind halt hier, um ein paar, äh, zu nennen, auf der linken Seite hier, Thorsten Helbig, äh, irgendwie über tausend Webinare in, in YouTube hat auch die größte oder eine der größten Communities in Deutschland mit, äh, über tausend, äh, Usern, beziehungsweise halt, äh, ja, wie nennt man das, Followern, ähm, Kunden, wie auch immer, Mitglieder in seiner Community, äh, jeden Tag oder fast jeden Tag, äh, Live-Webinare, Live-Trading und, äh, der war der Erste, der gesagt hat, ich mach das und er war vorher auf einer anderen Plattform unterwegs, war damit halt auch nicht wirklich, äh, glücklich mehr und er hat sich von Anfang an auf den Stereo Trader eingeschworen und das ist jetzt fast zwei Jahre her und mit ihm auch ähm, ein Großteil von seinen ganzen Leuten und, äh, hat es auch, äh, bis heute nicht bereut, hoffe ich doch zumindest mal und, äh, ist auch ab und zu bei mir in der Facebook-Gruppe anzutreffen, also, das ist halt zum Beispiel halt jemand, wo ich halt wirklich dankbar bin, weil er halt einfach da auch alles auf eine unbekannte Karte ja eigentlich gesetzt hat, ja, und hat auch einen sehr großen Anteil daran, dass es mittlerweile so bekannt ist, ähm, wie es ist. Dann haben wir hier zum Beispiel den, ähm, den Oliver Schwab, Oliver Schwab kommt aus dem institutionellen Handel und, ähm, hat also vorher halt, äh, entsprechend, ähm, Positionen halt gemanagt in der Vermögensverwaltung und, ähm, hat zum Beispiel eine automatisierte Strategie, die auch auf dem Stereotrader läuft, weil man kann auch mit dem Stereotrader komplett vollautomatisch handeln. Das Ganze nennt sich Sportstrategie und dort gibt es auch Ergebnisse schon seit Jahren, ja, also von dieser Strategie macht also alles transparent, alles live und, äh, mit Echtgeld natürlich kann jeder nachlesen, was bei der Strategie rauskommt. Dann haben wir Oliver Nasar zum Beispiel, ähm, bekannt für Markttechnik, Handel und, ähm, auch schon etliche Jahre am Markt. Da gibt es jetzt demnächst ein Markttechnik-Add-on für den Stereotrader. Oliver Klemm, die Elena, die uns hier vorhin, oder beziehungsweise die hier vorhin den Einfang gemacht hat, kennt den Oliver auch persönlich. Die sind ja quasi Nachbarn auf, äh, Zypern, aber Oliver hat eben auch über 20 Jahre Background, hat bei BNP, ähm, in Paris halt zum Beispiel, halt, ähm, gehandelt und, ähm, ist aber halt aus dem institutionellen Bankensektor, raus und mittlerweile halt Coach und ist spezialisiert auf Market Profile, Volumen Profil, gibt es auch ein Add-on für den Stereotrader, ähm, und halt, äh, das ist auch so in der Form für keine andere Plattform halt gibt, aber, wie gesagt, alles Details, auf die kommen wir noch. dann haben wir hier den David aus Berlin, ähm, die machen halt vollautomatisierte Strategien, die sie halt im Auftrage von Kunden und Interessenten halt bauen und ist die Anlaufstelle, ähm, für Stereotrader Automation, wenn man also sagt, ich hab da eine Idee, äh, die ich gerne automatisiert haben möchte, kannst du das mal machen, dann ist der David, äh, mit seinem Team, da mit Sicherheit die richtige Adresse und dann hier noch der Heiko Behrendt, ähm, jetzt ganz frisch, der hat, äh, ist halt auch schon über zehn Jahre dabei, hält auch ständig, äh, Live-Webinare, hat auch seine eigenen, seinen eigenen Premium-Dienst, ähm, und wo er halt jeden Tag, oder fast jeden, ne, jeden Tag ist er, glaube ich, live, ähm, und macht Marktbesprechungen und irgendwie drei, vier Mal die Woche nochmal live und handelt und skypt dort halt und der ist mittlerweile halt auch, äh, bei dem Stereotrader mit dabei und handelt mit dem Stereotrader, und hat zum Beispiel jetzt halt auch die neue Version stark mitgeprägt, die jetzt, ähm, in zwei Wochen, drei Wochen etwa kommen wird. Und wer auch immer dazukommen wird, ja, und das ist halt so ein bisschen das Credo halt auch, also egal, für, durch wen als nächstes hier das Fragezeichen ersetzt wird, es wird auf jeden Fall so sein, dass es jemand ist, der seriös ist, der nicht irgendwas vom Pferd erzählt, äh, jemand, der Erfahrung hat und handeln kann und so, dass man halt immer weiß, okay, der hat Stereotrader, der macht Stereotrader, also muss es funktionieren. Und das ist halt so eine Geschichte, die ist wichtig und dazu gehört natürlich halt eben auch entsprechend, ähm, der Broker, Tickmill ist sehr bekannt dafür, für eine, für eine sehr gute Ausführung, ist vor allen Dingen bei Smart Tradern sehr beliebt, international und das heißt also, Leute, die Geld verdienen wollen oder Geld mit dem Handel, mit dem CFD und Forexhandel verdienen, dafür ist Tickmill bekannt und, äh, passt entsprechend halt hervorragend auch hier in die Reihe mit hinein, weil das Konzept muss natürlich zusammenpassen, ja, wir wissen alle, es gibt Broker, die sind nicht so ehrlich im CFD-Bereich und, ähm, und dann gibt es halt ein paar wenige, die sind halt transparent und ehrlich und deswegen wird es auch nie so sein, dass der Stereotrader überall erhältlich sein wird, weil es geht gar nicht, weil es natürlich schon wichtig ist, dass zusammenpasst, weil ich habe auch nichts davon, wenn irgendwelche Leute halt, ähm, oder wenn, wenn ihr halt kein Geld verdient, weil dann werde ich auch sagen, brauche ich nicht mehr und dann verdiene ich halt letzten Endes auch nichts mehr dran und, ähm, bei Tickmill ist es ja ganz genauso, dass er letzten Endes nicht an den Verlusten verdient wird, sondern halt an den Erfolgen von den Usern und deswegen passt es wunderbar zusammen. So, erstmal Dankeschön, dass ihr bis hierhin schon mal durchgehalten habt und, äh, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu viel, und man kann auch gerne schon mal, wenn jemand eine Frage hat, bitte einfach gerne nennen. Direkt, hier haben wir schon ein paar Fragen, unter anderem fragt der Werner, ich möchte einen Trade mehrere Tage halten und dann Intraday handeln, ohne langfristige Position aufzulösen. Welches Modus muss ich da anwenden? Äh, nochmal, er möchte Intraday handeln, er möchte einen Trade mehrere Tage halten und dann Intraday handeln, ohne die langfristige Position aufzulösen. Okay, ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt, nicht so ganz, weil, ähm, ist hier eine Frage nach einem Trading Stop oder was ist da halt welcher Modus, welcher Modus muss dabei angewendet werden? Da würde ich halt ganz normal in dem, äh, in dem Stereo Future Modus da halt gehen, also das heißt, dort wo die Positionen kumuliert sind, weil ich dort entsprechend auch den besten Überblick über Teilschließungen und so weiter in Halte habe. Ich hoffe, die anderen sind nicht alle eingeschlafen, weil es war natürlich jetzt doch ein bisschen viel am Stück. Wir haben hier auch noch eine Frage von Reinhard, der möchte gerne wissen, welcher Wert ist deiner Erfahrung nach im DAX Ideal? Zwei Points? Für Limit Pullback ein Punkt, also Intraday ein Punkt, ja. Und dann auch noch ein paar Fragen zum Thema, ob, äh, ob es noch, ähm, detaillierte, äh, Webinare gibt zum Thema Limit Pullback. Da kann ich auch ganz kurz sagen, welche, was wir jetzt noch in Planung haben und zwar, ähm, nächste Woche gibt's ein Webinar zum Thema Handelsmodus, Orderaufgabe und Trade Management und dann am, äh, vierzehnten gibt's dann tatsächlich auch, äh, ein detailliertes Webinar zum Thema Limit Pullback oder besser Entry, besserer Exit. Dann haben wir, also insgesamt sind es acht, äh, Webinare. Dann haben wir noch eins zum Thema Trailing Stops, Scalping Highlights, manuelles Backtesting, äh, weitere Strategien und Tendenzhandel. Aber alle, die sich jetzt, ähm, ähm, die, alle, die an diesem Webinar teilgenommen haben, die erhalten ja im Nachhinein immer noch eine Erinnerung darüber, sodass sie auch keins der folgenden Webinare verpassen in dem Sinn. Ja, genau. Ich hab vorhin auch gesagt, ist natürlich jetzt alles ein bisschen viel Stoff auf einmal und deswegen machen wir halt auch die ganze Webinarreihe, wo man dann halt auch gezielt auf die ganzen Geschichten eingehen kann. Und, ähm, deswegen die, die Fragen von, von gerade, da werden halt jetzt vor allen Dingen diejenigen, die es der Trader noch nie gesehen haben, erst mal nicht viel mit anfangen können. Deswegen, da müssen wir wirklich im Einzelnen drauf eingehen. Ich hab jetzt hier, ähm, parallel jetzt, beziehungsweise jetzt hier auch mal die, die Plattform auf. Ich bin jetzt hier auf dem, ähm, Demo-Account hier drauf und so sieht das der Trader halt aus, ja. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade zwei Charts. Links ist der DAO und, ähm, rechts ist, ähm, der DAX. Und mal gucken, ob ich jetzt hier so ein bisschen was zeigen kann, wie das funktioniert. Kann das übrigens alles auch minimieren, kleiner machen, sodass halt nicht der Chart, ähm, überladen ist. Und, aber nur mal so generell, ähm, würde ich halt mal zeigen, wie das Ganze halt überhaupt läuft von, von der Bedienung her, ja. Also man sieht ja hier schon, da ist einiges halt an Material, wenn man da aufklappt, kommt halt immer mehr und das geht auch rechts noch weiter, ja. Und, äh, hier oben auch noch und das ist halt schon ziemlich mächtig, aber ich will ja hier keinen erschlagen und vor allen Dingen nicht Anfänger, äh, äh, weil es wird auch oft gefragt, passt das überhaupt für Anfänger? Und da sage ich halt ganz klar, ja, also, weil ich halt eben auch weiß aus den Seminaren, bei denen ich auch hin und wieder dabei bin, wenn da halt, ähm, Anfänger halt in den Markt halt kommen und wenn die von Anfang an mit dem Stereo Trader unterwegs sind, die kennen das auch gar nicht anders, ja, und, äh, können sich das auch irgendwie anders gar nicht vorstellen, weil es ist eigentlich relativ simpel, also die, die Grundausstattung. Ich bin jetzt hier, das ist jetzt hier eine, ähm, eine frische Installation an der Stelle, beziehungsweise es ist meine Testumgebung, so sieht die aus, wenn es frisch installiert ist, das Ganze, man kann natürlich Farben und weiß ich nicht was, kann man alles mögliche anpassen, wenn jemand sagt, ah, mit Weiß komme ich nicht klar, ich brauche das ganz anders, das geht alles natürlich komplett, was übrigens auch gar nicht so selbstverständlich ist, aber das sind Dinge, die sind mir halt eben auch, äh, wichtig, weil ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, den ganzen Tag irgendwie Farben anzugucken, ähm, bei denen ich halt Augenkrebs kriege, ja, ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich, aber da gibt es mir sicher auch noch andere, die dann sagen, es geht gar nicht, aber das nur am Rande. Also, das sieht wie folgt aus, ich habe hier auf der rechten Seite mein Handelspanel, ja, und das ist automatisch auch geladen, ähm, sobald ich halt einen, äh, einen Chart aufmache und, ähm, hier oben stelle ich zum Beispiel halt die, die Positionsgröße ein und, sagen wir als Beispiel mal hier, ähm, 5 Euro pro Punkt oder 5 Dollar pro Punkt sind es jetzt hier zum Beispiel im Dow Jones, ich nehme lieber den mal, weil ich glaube, der bewegt sich ein bisschen mehr als der DAX, ne, ich weiß es nicht wirklich, ähm, oder komm, so eine DAX, da haben wir doch die meisten mehr Bezug dazu, ähm, das heißt, ich werde hier oben meine Positionsgröße, hier zum Beispiel halt, äh, 0,5 pro Punkt, also 50 Cent pro Punkt und, ähm, hab also hier zum Beispiel so eine vordefinierte Geschichte, ja, also wo ich halt einfach die Positionsgröße auswähle. Kann ich natürlich auch alles anpassen, so dass die Positionsgrößen da sind, die ich gerne hätte und, ähm, ich mach jetzt mal hier eine runde Zahl oder, das ist kein Future, äh, oder Elena, sondern das ist dann wirklich, äh, 1 Euro pro Punkt oder bin ich dann hier mit 25 pro Punkt, aber, nee, 1 Euro pro Punkt. Okay. Gut, ich stelle das jetzt hier mal ein, einfach mal 1 Euro pro Punkt und hier ist voreingestellt Stop-Loss, Take-Profit mit, äh, 10 und 20, ja, und, äh, wenn ich jetzt als Beispiel halt, ähm, zum Beispiel eine Order setzen möchte, ja, wenn ich halt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich gehe hier unten long, ja, dann sieht man, da gibt es keinen Stop-Loss und Take-Profit, der mit dabei ist, weil das liegt eben daran, weil das ja halt, dieser Future Mode ist, das heißt, sobald die Position eröffnet wird, dann erst wird der Stop-Loss und der Take-Profit gesetzt und deswegen hat man das nicht vorher, man kann das aber auch umstellen, ja, nur um es gleich vorweg zu nehmen, ist aber im Standard nicht so und macht auch absolut Sinn. Warum wird man verstehen, wenn man damit mal angefangen hat zu handeln, weil der Stare-Trader weiß ja an der Stelle nicht, bin ich da schon long oder short oder was auch immer und deswegen macht es gar keinen Sinn, ja, weil ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gehe hier short, und wenn der da runterkommt und dann wäre das vielleicht einfach nur eine Verrechnung, ja, und deswegen ist Stop-Loss, Take-Profit hier nicht mit drin, ja, aber das, nur um das erstmal zu zeigen, das ist die Art und Weise, wie man Orders aufgibt, also hier oben halt, Buy-Stop, Sell-Limit, hier unten, Buy-Limit, Sell-Stop, ja, einfach mit einem Klick, kann man natürlich auch hier verschieben, klar, und kann die einzeln wegnehmen, kann die halt in Summe wegnehmen, und das geht halt alles extrem schnell und extrem einfach, und wenn ich jetzt zum Beispiel nur Market gehen möchte, also mal angenommen, ich möchte hier jetzt kaufen, warum auch immer, und habe ich hier oben eine Kursanzeige, die ich übrigens auch anpassen kann, wenn ich auf der rechten Seite die Maus habe, wird es rot, links wird es blau, selbst das kann man umdrehen übrigens, und das heißt, blau entsprechend jetzt hier, wer dann halt kaufen, und auf der rechten Seite rot, wer halt für verkaufen, ich jetzt mal sage, okay, ich kaufe das Ding, einfach hier auf die Maus loslassen, und dann ist meine Position drin, und dann sieht man halt auch, wie es voreingestellt war, Stop-Loss, Take-Profit, 10 und 20, das heißt, mein Stop-Loss ist hier 10 Punkte entfernt, mein Take-Profit entsprechend 20, ja, kann ich auch jederzeit hier löschen, oder halt irgendwie neu setzen, ja, einfach hier draufklicken, und dann halt die Maus hinschieben, wohin ich auch immer ich möchte, oder ich kann es halt hier in Zahlen eingeben, geht ganz genauso, und, also gibt es mehrere Möglichkeiten, Stop-Loss natürlich absolut das gleiche in grün, habe auch zum Beispiel eine Funktion, um hier schnell Break-Even zu setzen, wenn ich das möchte, ja, und, aber auch eben alles automatisierbar, und kann es halt hier einschalten, ausschalten, hier über das Panel, oder entsprechend hier an den, an der Position selber, und was übrigens auch, ich mache das hier mal ein bisschen größer, was man halt auch hat, das ist hier zum Beispiel die Statistik, ja, also hier ist die Pool-Statistik jetzt, und dort sehe ich halt momentan meine Trade-PL, und meine Pool-PL, und da erkläre ich auch ganz schnell mal den Unterschied, weil ich habe jetzt hier nur eine Position drin, ja, ich bin halt hier mit einem Euro pro Punkt an einer Position reingegangen, ich zeige das mal unten im Terminal, dass man auch dann eigentlich gar nicht mehr braucht, also hier das übliche Meta-Trader Terminal, ja, das ist jetzt hier meine Position, und das entspricht halt dem, so, und wenn ich jetzt aber sage, naja, ein reicht mir gar nicht, mach noch einer, so, einfach draufklicken, jetzt bin ich mit zwei pro Punkt drin, im Meta-Trader hätte ich jetzt hier unten das, schon irgendwie das Problem, dass ich schon zwei Teilpositionen verwalten muss, muss ich hier aber nicht, weil er fasst das ja halt zusammen, das heißt, wenn ich jetzt auch hier den Stop-Loss zum Beispiel verschiebe, macht er das für beide Positionen, also wenn man hier unten drauf achten möchte, ja, sobald ich halt das verschiebe, wird es sofort für beide Positionen gemacht, Take-Profit ganz genauso, ja, und egal, wie viel auch immer ich hier reingebe, also keine Angst bekommen, ist ein Demokonto, tut nicht weh, ja, auch wenn es dann halt irgendwie, keine Ahnung, hier zehn verschiedene sind, ich muss trotzdem immer nur eine einzige, ein einziges Mal den Stop-Loss verschieben. Hat man gerade gesehen, da kommt eine Meldung, ja, wenn zum Beispiel irgendwie halt die Verbindung schlecht ist, also auch sowas wird angezeigt, weil es ja letzten Endes auch nicht gut ist, aber das liegt ja einfach daran, weil ich jetzt hier natürlich das Webinar halt nach außen streame von meinem Computer oder auch hier nur lokal unterwegs bin und dann dauert es mal, aber 625 Millisekunden trotzdem jetzt nur für irgendwie zehn Positionen, die drin sind, das ist schon in Ordnung. So, und das nur mal als Beispiel, das heißt, ich sehe hier immer einen Break-Even, nicht mehr, nicht weniger, muss mich also nicht um den ganzen Kram hier unten kümmern, wie das üblicherweise der Fall ist, muss nicht zehnmal jetzt irgendwie hier Stop-Loss, Take-Profit oder irgendwas halt setzen, sondern habe immer nur in diesem Modus wohlgemerkt, immer nur einen einzigen Break-Even, um den kümmere ich mich und um den ganzen Rest halt nicht. Das heißt auch genauso, wenn ich jetzt hier Flat sage und dann wird entsprechend, wird alles aufgelöst, ja, genauso gut kann ich sagen, na gut, ich bin jetzt hier mit zehn Euro pro Punkt irgendwie long, ich löse, jetzt haben wir natürlich hier keine Bewegung, ist ein bisschen schade, aber macht ja nichts. Und kann auch genauso gut sagen, naja, fünf Euro pro Punkt will ich halt auflösen, egal ob ich jetzt sage, um mein Risiko zu verkleinern oder weil der Trade als Beispiel schon irgendwie im Profit ist, hier oben einfach die Positionsgröße, entweder halt durch Vorauswahl oder eben manuell und einfach verkaufen. So, und da bin ich hier noch mit fünf Euro pro Punkt drin, ja, und hier unten ist einfach verrechnet worden. Also es spielt auch keine Rolle, wie groß die einzelnen Positionen waren. Der Stereoiter errechnet das so lange halt, dass es passt, ja, also reduziert entweder Positionen oder schließt die halt komplett. Das sind alles Dinge, um die muss ich mich halt nicht mehr kümmern. Und was jetzt hier dazu gekommen ist, das gibt es aber erst in der Version 2, und man muss mal hier den Chart skalieren können. Das sind auch so Kleinigkeiten, die hier sehr schnell machbar sind, also zum Beispiel Skalierungen und so weiter. Und was jetzt hier neu dazugekommen ist, ist halt hier so eine goldene Linie, ja, da sieht man halt, die zeigt mir immer an, bis wohin der Kurs mit der jetzigen Positionierung laufen muss, um Break-Even zu sein. Umgekehrt natürlich genauso, wenn ich halt im Gewinn auflöse, und dann kann es halt sein, dass die hinter meinem Stop-Loss liegt, ja, das heißt, da weiß ich halt immer ganz genau, wo stehe ich halt gerade, mit dem, was ich jetzt hier alles zwischendurch gemacht habe. Und das zeigt zum Beispiel auch hier oben die Pool-Statistik an, da steht Trade-PL jetzt minus 40 Euro und Pool-PL minus 29. Und das ist eben der Unterschied. Pool, das heißt, das ist immer das, was gerade aktuell drin ist, ja, das ist aber eigentlich völlig egal, was gerade drin ist. Entscheidend ist ja, mein ganzer Trade, und ich kann ja auch, egal ob jetzt im Swing oder im Intraday Trading, ich kann ja mehrfach Teilverkäufe machen, nochmal Positionen hinzugeben und so weiter, wenn man eine Position managt, und was ja eine Technik ist, wenn man die beherrscht, die auch extrem profitabel halt auch ist und viel besser, wie wenn man nur irgendwie an einer Stelle, an einer anderen Stelle raus, gerade im CFD-Bereich, ist das ja ein Vorteil. Und dann verliere ich halt nie den Überblick, ja, ich muss nicht irgendwie ständig gucken, ja, wo stehe ich denn irgendwie und brauche noch womöglich eine Excel-Tabelle, wenn ich da unterwegs bin, was ja im Daytrading absolutes Umwegen ist, ja, da habe ich die Zeit da überhaupt gar nicht dafür. Und das braucht man alles nicht, weil ich sehe hier immer direkt, wo stehe ich halt überhaupt gerade, wo ist mein eigentlicher Break-Even, und das heißt, wenn ich die jetzt zum Beispiel hier nochmal reingebe, ja, und dann wird das halt immer weiter gerechnet, ja, so lange, bis ich halt flat bin. und das hat eben einen Riesenvorteil einfach von der Transparenz und auch eben, wie man sieht ja auch von der Schnelligkeit, ja, ich muss halt nicht irgendwie mich um alle Positionen hier einzeln kümmern oder womöglich noch, wie geht das überhaupt, ja, hier, so mit Doppelklick da halt irgendwelche Sachen da eintragen, das ist ja eine Katastrophe. Also finde ich, ich habe vorher nie mit dem Metatrader gehandelt, weil ich den furchtbar umständlich finde, aber es hat eben von der Programmierung unschlagbar, und deswegen habe ich mir auch entschieden, das auf dem Metatrader zu machen, aber handeln, Gott sei Dank, also ich finde es halt ganz furchtbar umständlich, so zu handeln, weil man eben keinen Überblick hat. Jetzt habe ich jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt leider alles nur minimal von der Bewegung, da habe ich jetzt, das sieht man auch hier die kleinen Punkte, das sind meine einzelnen Einstiege, die ich halt gehabt habe, da ist jetzt die erste zum Beispiel, ja, jetzt war sie, nee, sie ist ein Gewinn, ja, und dann muss ich jetzt hier unten auch nicht raussuchen, wo ist denn das Ding, ja, sondern sage einfach, okay, so, da war ein bisschen Gewinn, nehmen wir schon mal raus, einfach wieder verkaufen, ja, und schon sieht das Ganze wieder anders aus. Wie gesagt, jetzt hier Mini-Bewegung leider, aber kann man sich ja vorstellen, wenn ich da halt ein bisschen mehr auf einer Strecke habe, kann man das genauso machen, wie ich es gerade gemacht habe, nämlich irgendwie an einer ungünstigen Stelle erstmal Risiko raus, an einer besseren Stelle wieder rein, und das dann halt eben zum Beispiel auflösen und das wird halt verrechnet, ja, und diese ganze Verrechnung findet eben hier oben statt und ich muss mich einfach um nichts kümmern. Und genauso, beziehungsweise, klar, ich muss mich um einen Trade kümmern, aber ich muss, es ist nie kompliziert, irgendwie damit zu handeln und ich bin halt immer, habe immer eine vollständige Transparenz hier. Man kann sich auch in Echtzeit zum Beispiel hier die Statistik anzeigen lassen, ja, also die Trade-Statistik zum Beispiel und es ist natürlich jetzt nur ein Strich, ja, weil es ist erstmal nur der aktuelle Trade, der jetzt gerade läuft und, aber da werden zum Beispiel die ganzen Trades dann halt gesammelt und ich habe dann halt hier einfach auch eine Grafik, und der Unterschied eben halt zu der normalen Auswertung hier jetzt zum Beispiel bei der Historie, also erstmal stimmt die Historie in der Form ja sowieso nicht, das ist aber ein anderes Thema, weil der Drawdown halt nie stimmt und weil da zum Beispiel halt Verluste gezählt werden, wo vielleicht gar keine sind, ja, also wenn ich zum Beispiel einen Trade, wenn ich da jetzt wie gerade jetzt zum Beispiel erstmal das Risiko rausnehme, ist ja noch kein Verlust, ja, würde aber hier schon als Verlust gewertet, sondern mein Trade läuft ja noch, ja, wenn ich jetzt hier unten wieder reingebe und dann nochmal oben auflöse und letzten Endes drehe ich ja so meine ganze Position und, beziehungsweise meinen Trade, eine Position ist kein Trade, sondern ein Trade ist ein Trade, das heißt also, angefangen von der ersten Teilposition bis zur letzten, bis ich flat bin, dann ist mein Trade fertig. Die ganzen Einzelpositionen spielen ja gar keine Rolle und wenn man mit Aktien handelt oder auch im Future, also diejenigen hier, die dabei sind, die in dem Bereich unterwegs sind, werden das kennen, ja, wenn ich beim Broker sage, naja, ich kaufe jetzt nochmal, er hat hier irgendwie, keine Ahnung, eine Allianz Aktie, nochmal irgendwie zum anderen Kurs und einen Monat später sage ich, naja, stoße mir einen Timer ab, ja, dann spielt es ja gar keine Rolle, was dieses einzelne Ding gemacht hat, sondern letzten Endes, oder beziehungsweise der Broker, den interessiert es auch nicht, wo mein Einstieg war, aber mich interessiert ja nur, von wo bis wo habe ich das Ding und wo bin ich flat und was kam dabei heraus und nicht alles, was zwischendurch halt war, das ist völlig uninteressant und deswegen, es hat auch so eine Sache, muss man sich, glaube ich, ein bisschen drauf einlassen und das auch verinnerlichen, aber wenn man das so macht oder erst mal halt damit begonnen hat, so zu arbeiten und so zu denken, wird man sich halt auch dran gewöhnen und wer es sowieso schon kennt aus dem Future Handel, der weiß ohnehin, wovon ich an der Stelle hier rede, ja, aber wie man sieht, ja, ich kann halt hier immer ganz schnell nochmal irgendwie was rein, was raus, habe auch Zugriff, hier die kleinen Punkte an der Seite, habe ich ja vorhin erwähnt, auf meine einzelnen Positionen, die könnte ich jetzt hier unten auch suchen, ja, wo ist die eigentlich hier, 2,50 Euro, keine Ahnung, bis ich die aber gefunden habe, das ist halt immer das Problem, das ist halt irgendwie auch schon gelaufen, das ist halt alles zu langsam mit dem, mit dem normalen Metatrader und eben halt auch mit den meisten anderen Plattformen, die funktionieren ja alle letzten Endes ähnlich, ja, so kann ich halt auch hier, kann ich auch einfach nur, ob ich jetzt das Ding sehen möchte, ob ich da was ändern möchte, schließen möchte, ich sehe halt einfach, oh, hier Positionskrise 5, das war mein, mein Entry, wird auch hier immer mit Fahnen angezeigt, wie man sieht, und das ist die aktuelle PL, eigentlich ist das aber uninteressant, ja, was die, was die aktuelle PL ist, weil es ist ja nur eine Position, das ist ja kein, kein Trade, so, und ich mache jetzt hier mal ganz böse, gucken, wo wir was haben, wo man irgendwie halt mal, genau, ich sage, okay, das hier ist nur ein Dip, den kaufe ich auch nochmal, und ob man das jetzt so macht, das spielt jetzt keine Rolle, also jetzt hier nur für Demonstrationszwecke, damit man mal sieht, eben wie man damit umgehen kann, wenn man das so machen möchte, ja, ich glaube schon, dass der hier irgendwann nochmal hochkommt, das ist halt die Frage, wann, so, aber das halt eben nur mal für die, das Stichwort Schnelligkeit und Transparenz, das war ja halt hier letzten Endes der Punkt, weil ich halt einfach wirklich wahnsinnig schnell mit dieser ganzen Geschichte bin, oder auch wenn ich hier sage, ich habe halt hier irgendwie ein paar Orders, ja, mach mal weg, einen Klick, und genauso, wenn ich jetzt hier schließe, oder halt eben hier nochmal ein Teil rausnehme, jetzt haben wir hier ein bisschen Verbindungsstress, ja, das hat noch ein bisschen, das kann man mich noch hören? Man kann dich noch gut hören. Okay, weil ich habe hier irgendwie gerade ein bisschen Verbindungsstress, ja gut, aber hier bewegt sich nämlich auch gerade leider gar nichts mehr. Wir haben hier auch zwei kurze Fragen, darf ich die mal kurz zwischendurch stellen? Ja, sicher. Und zwar, Sascha möchte wissen, im Hintergrund, das blau-graue, ich vermute mal das links, gehört das noch zum Market Pro von Olli? Was ist das genau? Ach so, hier das Volumenprofil. Genau. Die Geschichte hier. Ne, das ist im Stereo-Trader selber, ist es drin, und, also das hier ein Volumenprofil angezeigt wird, und, das ist aber von der Logik natürlich sehr ähnlich, beziehungsweise ist natürlich, kommt aus dem Market Profile, funktioniert auch ganz genauso, ist aber hier natürlich jetzt nur auf CFD gemünzt und nicht auf den Future, also zumindest mal im Meta-Trader 4, und wird man aber sehen, wenn man das Market Profile halt verwendet, dass das ziemlich, ja, gut übereinstimmt, ja, also, das heißt, ja, das kommt halt von der Urede, tatsächlich vom Olli, aber ist jetzt eben hier ab der 2.0 Version, eben per Standard mit drin, und das sind halt, das will ich auch mal irgendwie kurz zu zeigen, also generell, solche Geschichten kann man schnell ein-, ausblenden, und, weil da gibt es ja halt auch irgendwelche Add-ons von Drittanbietern, die übrigens alle, ausnahmslos alle, wenn sie zeitbasiert sind, und das ist zum Beispiel so ein Volumenprofil, nie richtig funktionieren, ja, und, aber das ist nur mal am Rande, weil man kennt es ja zum Beispiel halt, dass der Broker eine andere Zeit hat, als eben ich hier lokal, und das sind alles Dinge, die der Stereo-Trader halt auch, komplett mit berücksichtigt, auch Sommerzeitumstellung, und weiß der Kunk was noch, ja, und das, das sind alles Sachen, da muss ich mich nicht drum kümmern, also das Ding, wenn ich das einstelle, oder es ist hier so eingestellt, 8 Uhr, dann ist da auch 8 Uhr, ja, und nicht irgendwie plötzlich 7 oder 9, weil wir irgendwie gerade einen anderen Server haben, und so weiter, oder eine Umstellung, und da gibt es ganz viele Indikationen, sorry, ja, nee, nee, kannst du ruhig, ich bin immer froh, wenn ich mal einen Schuch trinken, und ich bin ruhig, und zwar noch eine Frage von Kai, der möchte gerne wissen, die goldene Linie, die wir zuvor gesehen haben, muss er dafür noch was einstellen, die wird nicht angezeigt, hängt das vielleicht mit der Version zusammen, die er nutzt? Das hängt mit der Version zusammen, genau, also das kommt halt erst bei, in der Version 2.0, das ist auch hier erstmal nur rudimentär drin, aber das sind jetzt so die letzten kleinen Baustellen, und das wird auf jeden Fall regulär in der 2.0 Version drin sein, und dass man halt immer weiß, wo man steht, die gibt es übrigens auch schon in der jetzigen Version, aber nicht für den Stereo-Future-Modus, sondern nur für den Hedge-Modus, und dort sehe ich halt auch immer, wo ich halt mit meiner gesamten Positionierung, ab wo ich halt insgesamt break-even bin, also das ist dort auch schon so, aber eben wie gesagt nicht im Stereo-Future-Modus, deswegen hier gibt es so einige Sachen, die so noch nicht drin sind, in der Version, die jetzt draußen sind, draußen ist, aber im Wesentlichen ist es schon der Funktionsumfang, und die Bedienung halt sowieso, ja, da hat sich ja nichts dran geändert, aber halt eben unter der Haube ist natürlich, in der Version 2.0 nochmal einiges passiert, und so ein Volumenprofil, oder halt so eine goldene Linie, und noch so ein paar Geschichten, sind da halt einfach ein Teil davon. Was ich vorhin noch sagen wollte, also, wie man sieht, man kann halt hier, einige Sachen halt einfach schnell einen ausblenden, ausblenden, ich muss also nicht irgendwie, ähm, ähm, äh, letzten Endes so und so ein Indikator, oder für alles mögliche haben, sei es jetzt irgendwie FIBOS, zum Beispiel hier, Vortages-FIBOS, oder aktuelle Woche, ähm, ähm, dann Pivot-Punkte und so weiter, Tageshoch, Tief, kann ich hier einblenden, äh, die runden Marken, zum Beispiel wird dann hier so grau, das wäre jetzt einfach hier 12.700, hier unten ist 12.600, ich kann mir anzeigen, zum Beispiel hier, Kassaschlusskurs, oder halt, also die Symbolwerte, hier oben Future-Eröffnung, äh, Vortages-Kassaschluss, und so weiter, alles mit einem Klick, und, ähm, und hier gibt es noch, also automatische Unterstützungen halt, die halt berechnet werden, und so weiter und so fort, und das erleichtert das Ganze natürlich auch sehr, ja, weil ich halt nicht irgendwie ständig alles hier voll, ähm, habe im Bildschirm, ich kann selbst, kommt jetzt aber auch erst ab der 2.0, oder ist das schon drin, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ich kann genauso halt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt halt irgendwas male, ja, kann ich es halt auch alles ein- und ausblenden, ja, ich kann mein Bildschirm wirklich komplett aufordnen, und, äh, selbst mit meinem eigenen Zeug, also mit meinen eigenen Linien, die ich hier irgendwo einzeichne, wenn ich mal halt irgendwie einen klaren Blick brauche, und dann einfach mal alles ausschalten, ja, und, das sind so Kleinigkeiten, die das, das Leben aber halt wirklich im Handel, so finde ich, deutlich einfacher machen, und, äh, wo man halt einfach auch einen Überblick hat, ja, wo stehe ich gerade, wo ist eigentlich die Eröffnung, ähm, und, äh, wie gesagt, in Ergänzung mit eigenen Linien oder Indikationen, was alles halt machbar ist, weil sieht man ja, wenn ich das alles einschalte, ja, wenn man sagt, okay, ich brauche das alles irgendwie, und dann sehe ich halt nichts mehr, ja, also manche arbeiten so, und das ist halt eine Katastrophe, ja, also dann hat man halt irgendwie auch keinen Überblick mehr, aber selbst wenn man sagt, ich brauche das jetzt irgendwie gerade mal alles, ja, kann man es aber trotzdem entsprechend, ähm, ein- und ausblenden, mit, mit einem Klick, und gut ist, ja, also hier sieht man jetzt zum Beispiel, was war das, wo hat er gerade reagiert, Moment, da war doch gerade eine Linie, das finde ich ausgerechnet, die nicht mehr, das ist natürlich gemein, also hier eine Intraday Fibo, ja, also nur mal als Beispiel, das wäre jetzt so ein Punkt, wenn jemand Intraday Fibos handelt, ja, der muss die nicht irgendwie zeichnen, oder sonst irgendwas, sondern kriegt die hier einfach per Knopfdruck, ja, so, da hat er mal aufgesetzt, eben eine 23,6 von heute, okay, so, und wenn man sowas halt haben möchte, was ja schon durchaus mal sinnvoll, ähm, sein kann, und dann kriegt man es hier eben alles, ähm, per Knopfdruck, aber wie gesagt, ähm, dazu später auch nochmal mehr, in den einzelnen, ähm, Webinaren, und, ähm, hier ist jetzt erstmal nur mal, wichtig, dass man sieht, so, okay, wie funktioniert es überhaupt, der Handel, ja, also wie gebe ich halt eine Order rein, und, äh, oder beziehungsweise eine Position, ich würde es ja gerne flat drücken, ja, aber dann beenden wir hier das Webinar mit einem Verlust, das möchte ich natürlich nicht, aber ist vielleicht unvermeidbar, aber bei der Wohler ist es natürlich halt auch hier so ein bisschen schwierig, ähm, und da halt bitte ich noch irgendwo auf die Schnelle, da etwas rauszuholen, ähm, man kann übrigens auch, ähm, mit dem Stereo Trader vielleicht auch noch so, ähm, als, äh, Hintergrund, man kann halt auch zum Beispiel in der Vergangenheit handeln, ja, das geht auch damit, wenn man zum Beispiel halt eigene Strategien mal ausprobieren möchte, und, ähm, weil wenn man auf den fertigen Chart guckt, ist ja alles immer ganz einfach, und, ähm, da ist es immer völlig schlüssig, ja, hier long, da short, sieht man doch, ja, aber halt, äh, wenn man im laufenden, ähm, Markt ist, dann sieht die Welt ja doch schon immer meistens ein bisschen anders aus, ne, weil wenn man jetzt hier dann halt irgendwie überlegen muss, okay, was kommt denn hier als nächstes, da rechts habe ich halt nichts, ja, das muss ich mir halt ausdenken, ähm, was da halt passieren könnte, und das kann man halt mit dem Stereo Trader zum Beispiel halt auch, dass man in der Vergangenheit dann eben handelt, und dann eben entsprechend halt auch mit beschleunigten, kursen, und so kann man dann halt auch an einem Sonntagnachmittag, ähm, wenn man gar nichts Besseres zu tun hat, vielleicht einfach auch mal eine Strategie für ein Jahr lang mal virtuell durchhandeln, ja, und nicht am, am fertigen Chart, sondern eben mit bewegten Kursen, und das halt einfach vom Lerneffekt natürlich halt viel, viel, viel besser, ähm, wie wenn ich mir da halt einfach nur die, die Charts angucke, weil da kann ich es ausprobieren, ja, und hab halt auch die Herausforderung dabei zu entscheiden, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus besser, ja, und, äh, was ich mit fertigen Chartbildern ja halt nie habe, ja, sondern dort, wie gesagt, ist ja immer alles total plausibel, aber die Realität sieht ja dann oft ganz anders aus. Das geht also auch damit, und, ähm, ich glaube, hier sind wir aber langs jetzt auch mal, ähm, am Ende von der Aufnahmekapazität, also nicht von, das ist richtig, vom Video, aber ich glaube, von den, ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern, und, dass wir da vielleicht einfach, wenn jetzt noch ein paar Fragen sind, wenn die jetzt nicht zu speziell sind, kann ich da gerne noch drauf eingehen, und, ähm, es gibt eine Frage zum Thema iPad, funktioniert der Stereo Trader auch auf dem iPad? Nein, also nicht so, man kann aber, das empfehle ich sowieso jedem, der, äh, professionell handelt, das Ganze mit dem VPS lösen, also ein virtueller Private Server, das heißt, ich habe halt bei irgendeinem, äh, Hoster, das heißt jetzt hier ohne Werbung machen zu wollen, bei Strato, bei VPS Server, wo auch immer, ähm, kann ich mir ein VPS mieten, das sieht dann so aus, wie mein Computer zu Hause halt auch, kann dann dort entsprechend meine ganzen, äh, Programme drauf installieren, und dann halt eben an der Stelle, den, ähm, Meta Trader mit dem Stereo Trader, und darauf kann ich natürlich mit dem iPad wiederum zugreifen, das ist natürlich kein Problem, aber ansonsten, macht das mit dem iPad, äh, weil es wurde schon öfters gefragt, das macht halt nicht wirklich Sinn, also, weil es halt einfach, das, das sieht man ja hier schon von den ganzen Funktionen, ja, also, wenn ich das alles aufklappe, ist halt hier der Bildschirm voll, und man hat es ja vorhin mal kurz gesehen, und letzten Endes, ähm, ist das wahrscheinlich eher vergleichbar mit, wenn ein ganzes iPad nur aus dem Stereo Trader bestehen würde, weil es ja halt wesentlich umfangreicher ist, und auch nicht wirklich gut darüber zu bedienen ist, und deswegen ist das momentan auch nicht in der Planung, sondern wie gesagt, über VPS, aber problemlos machbar, gibt's ab 5 Euro Monate übrigens. Super. Gut, wie du auch sagtest, langsam kommen wir zum Ende des Webinars, du wolltest uns noch eine Anekdote erzählen, die sparen wir uns dann fürs nächste Mal. Nein, die erzählen wir noch, oder? Okay. Du weißt ja, was ich meine, ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, und, ähm, weil ich finde, das ist halt eigentlich auch eine schöne Geschichte, ja, und, ähm, ich meine, das weiß doch jeder irgendwie so, wie diese ganze Branche halt ist, irgendwie alle, ähm, versuchen sich irgendwo zusammenzuschließen, und irgendwie, und, äh, mehr Kunden, und noch mehr Kunden, und so weiter, und ich finde es halt immer viel schöner, wenn die Philosophie halt zusammenpasst, und, äh, das Ganze, ähm, um das mal auf den Punkt zu bringen, war damals halt so, gibt es irgendwie so auch Video, äh, dass halt mir, ich kannte Tickmill halt wirklich schon, schon länger, und, äh, hab vorher immer bei, ähm, in der, äh, Metatrader, dort auf der Webseite, immer wieder von Tickmill gelesen, immer gesehen, oh, das ist ein guter Laden, weil irgendwie, jeder handelt da Tickmill, und die haben halt irgendwie, gute Ausführungen scheinbar, also, so ist mir Tickmill aufgefallen, durch die Ausführung erstmal, aber das ist nicht die Anekdote, und fand es halt spannend, und wusste halt auch, okay, Tickmill, die sitzen auch in London, und, ähm, für mich natürlich, mit dem Stereo Trader halt, natürlich auch interessant, ja, wenn jetzt halt irgendwie, wenn es den Stereo Trader irgendwie in England gäbe, und per Zufall hat mir dann eine Bekannte, irgendwie, ähm, geschrieben, ähm, hat gesagt, äh, hier guck mal, irgendwie Tickmill, kennst du den Laden, die machen irgendwie gerade, äh, eine Challenge, also ein Wettbewerb, läuft aber schon drei Monate, läuft aber noch zwei, Tage, und, äh, was hältst du denn davon, habe ich gedacht, oh, okay, Tickmill, habe ich schon mal gehört, finde ich gut, dann habe ich mir das angeguckt, bin dann auf die, äh, Homepage, ähm, von Tickmill, und hab da gesehen, die läuft tatsächlich nur noch zwei Tage, diese Challenge, und der Erstplatzierte, ähm, war damals bei, ähm, ich glaube, 60 Prozent, irgendwie in drei Monaten hat er erwirtschaftet, also Echtgeld musste das ja natürlich sein, und, ähm, ähm, zwei Tage lief die Challenge noch, da habe ich mir halt überlegt, okay, und der Hauptgewinn, das war natürlich das eigentlich Interessante für mich, war ein Abendessen mit dem CEO, und, ähm, also mit dem Geschäftsführer dann letzten Endes halt von Tickmill, habe ich gesagt, na gut, das ist eigentlich cool, ja, würde ich jetzt diese Challenge machen, und würde die gewinnen, und dann bräuchte ich irgendwie gar nicht hier, um, äh, einen Termin zu betteln, oder mich sonst irgendwie da anzubiedern, sondern dann hätte das ja einen ganz realen Grund, ja, oder dann müsste er mich einladen zum Essen, der kommt ja gar nicht drüber rum, weil das ist ja der erste Platz, und, ähm, war dann tatsächlich so, also ich habe mir halt wirklich den Markt ganz genau angeguckt, ja, und, äh, und gedacht, okay, zwei Tage Zeit, es könnte funktionieren, ja, und war eine sehr schöne Situation im Euro-US-Dollar, und, ähm, habe dann halt ein Konto eröffnet, irgendwie am, äh, einen Tag vorher, und es hat ja auch irgendwie ein bisschen gedauert, und habe dann halt irgendwie meine Einlage dort eingezahlt, aber ich habe das wirklich gut überlegt, ja, weil ich auch wusste, okay, da sind jetzt auch einige aufmerksam mit dabei, da darfst du natürlich auch keinen Unsinn machen, und, äh, war aber dann wirklich so ein schönes Setup, und, ähm, habe ich dann halt, äh, den, den Euro gehandelt, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Wochentag das war, aber auf jeden Fall um 8 Uhr etwa morgens ging es los, 8.30 Uhr, und, ähm, hab dann halt, hab das auf Video, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt wirklich ein Video dazu, ja, wo diese Challenge, also, die ja dann nur dreieinhalb Stunden gedauert hat, ähm, die ich auch natürlich ein bisschen kürzer geschnitten habe, aber wo das halt irgendwie alles halt auch, ähm, live aufgenommen ist, ja, wo ich das halt auch erzähle und so weiter, und auch den Trade dazu erkläre, und hab dann, ähm, innerhalb von drei Stunden, ich hab immer den Erstplatzierten im Visier gehabt, aber innerhalb von drei Stunden hab ich dann halt, ähm, den Erstplatzierten da rausgekickt, und bin dann mit 106 oder 107 Prozent, bin ich dann aus dieser Challenge noch dreieinhalb Stunden raus, und es war keine Zockerei, ja, das muss man auch wirklich mal ganz klar dazu sagen, das wird man in dem Trade auch sehen, ja, also das ist halt, und das ging genau eben diese Geschichten mit solchen Skalierungen halt, ja, jetzt nicht wie hier, das ist natürlich jetzt, da hab ich nicht lange drüber nachgedacht, wo ich auf den Knopf gedrückt habe, aber halt wirklich genau mit diesen Skalierungen, ja, also Teilpositionen, und diese ganze, der ganze Trade mit allen Teilpositionen lief irgendwie über, äh, drei, dreieinhalb Stunden gab auch ganz viele Teilverkäufe, Wiedereindeckungen und so weiter, und hab das dann halt, ja, nach drei oder dreieinhalb Stunden hab ich dann halt die Challenge gewonnen, und, äh, Tickmel musste natürlich an der Stelle ja an mich herantreten, und musste mir auch gratulieren, und so haben wir uns alle kennengelernt, und ich glaube, das ist ja halt auch, ähm, hat ja auch wesentlich mehr Aussagekraft, oder sagt ja auch viel, viel, viel mehr über das aus, was dahinter steckt, ja, und es ist ja auch real, also es ist ja jetzt nicht irgendwie irgendwas Erfundenes, ja, was man jetzt irgendwie als Marketing-Gag oder so halt macht, nein, es ist halt wirklich wahr, das ist genau so passiert, man kann sich das bei YouTube angucken, ähm, einfach bei YouTube, äh, Stereo-Trader eingeben, dann kommt man in den, äh, in den Stereo-Trader-Kanal, und, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, in welcher Kategorie, ich kann es hier leider auch nicht aufmachen, auf dem Computer, jetzt würde ich das mal zeigen, ähm, aber steht auf jeden Fall, äh, Tickmill und so weiter, steht auf jeden Fall mit dabei, und das findet man, ja, und ich glaube, das ist halt, also, ah, der Trade war wirklich gut, ja, also das ist, äh, behaupte ich jetzt mal, es ist auch kein Eigenlob, sondern eigentlich eher, nur um zu sagen, äh, oder halt eben, um auch klarzumachen, dass es jetzt nicht irgendwie ein Zock, äh, äh, war ein Nonsens-Trade, sondern das hatte schon Hand und Fuß, und, ähm, auch wenn es mir, das ist natürlich der Erstplatzierte, bis dahin, dass ich dem halt leider Gottes drei Monate Arbeit da halt, äh, vernichten musste, tut mir natürlich sehr leid, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich, ja, die Vision hier dahinter war ja ein bisschen größer, also wie gesagt, wer möchte, kann sich das gerne angucken. Ich werde das Video mal morgen nochmal auf unserer deutschen Facebook-Seite teilen. Äh, ich bin Zeugen, dass es war, der Dirk erzählt hier keinen Müll, aber was auch noch wichtig war, weil ich glaube, du, wir haben miteinander gesprochen, bevor du mit der Verifizierung fertig warst, oder irgendwas war da, und du hast mir gesagt, ja, ich möchte die Challenge gewinnen. Und ich dachte mir so, ja, die ist doch gleich schon vorbei. Ich so, ja, da ist aber jemand wirklich selbst von sich überzeugt. Und als es dann tatsächlich der Fall war, bin ich vom Hocker gefallen. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, super, so suchen wir uns bei Tickmel unsere Partner aus. Wir arbeiten nur mit dem Besten. Und, ähm, ja, in dem Sinne, wie Dirk auch zuvor gesagt hat, wir wollen, dass die Trader bei Tickmel erfolgreich sind. Und dafür suchen wir uns auch nur Leute aus, die das auch tatsächlich hinbekommen, ähm, Trader zu schulen so, dass die halt im Endeffekt des Tages hoffentlich profitabel sind. Selbstverständlich beim Handeln, insbesondere mit Forex und CFD, ist immer ein Risiko mit dabei. Ähm, einen guten Coach hat. Ja, in dem Sinne, Dirk, wollen wir uns langsam verabschieden? Ja, wollen wir uns langsam verabschieden. Also, man sieht ja auch hier, der Trade zumindest nähert sich hier. Doch, dem Erfolg kann auch ein bisschen dauern. also, war jetzt natürlich ein bisschen schade, dass das hier jetzt nicht funktioniert hat, ähm, in der Kürze der Zeit. Aber ich kann den Kurs ja auch nicht beschleunigen. Also, das ist halt, wäre aber auch ein bisschen zu einfach. Handeln ist ja nicht unbedingt immer so einfach. Und was man eben halt braucht, vor allen Dingen, ist Geduld und Disziplin. Und zeigt sich jetzt hier auch gerade wieder, können die schon zumachen. Aber hier sieht man jetzt zum Beispiel, kleines Beispiel sieht man ja, die goldene Linie ist schon ein bisschen tiefer. Es ist hier nur alles marginal, als mein eigentlicher Break-Even. Und so kann ich mir die halt zum Beispiel, wenn ich halt auf diese Art und Weise im Skyping halt skaliere, dann entsprechend sehe ich halt immer, wo ich halt stehe. Wie gesagt, jetzt kein Vorzeigebeispiel. An der Stelle macht er aber nichts. Davon werden wir sicherlich noch ein paar kriegen. Wir haben ja auch Live-Trading-Webinare übrigens auch geplant. Das heißt, Webinare, wo mit Echtgeld am echten Markt dann auch gehandelt wird. Und, und nicht nur mit Demogeld. Und, das ist natürlich auch immer eine ganz spannende Geschichte. Und, wo ich mich natürlich auch sehr drauf freue, dass wir das machen. Und wo ich mich natürlich auch sehr freue, wenn da halt viele von euch mit dabei sind. Ja, ich bedanke mich an der Stelle jetzt erstmal für die Ausdauer. Es sind ja tatsächlich fast alle noch da, weil es war ja schon ein bisschen langatmig hier und da. Aber geht natürlich auch nicht anders, wenn man so ein bisschen Materie hat, die ein bisschen anspruchsvoller ist. Und da muss man halt auch schon mal ein bisschen weiter ausholen. Ich bedanke mich bei Tickmill, insbesondere jetzt bei Elena, hier für die Einladung zum Webinar. Den Stereo Trader könnt ihr auf der Homepage von Tickmill natürlich runterladen. Tickmill hat auch einen eigenen Support dafür. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Und, die Bedingungen für den Stereo Trader sind, glaube ich, überschaubar. Da kannst du nochmal im Detail was dazu sagen, wenn du möchtest, Elena. Aber generell übernimmt Tickmill die Kosten für den Stereo Trader, wenn die Bedingungen, die wirklich minimal sind, auch erfüllt sind. Das heißt, ihr habt ja auch hier nicht mal ein Risiko. Könnt auch jederzeit irgendwie sagen, nee, will ich doch nicht mehr. Und so oder so kann man das auf dem Demo-Konto unbegrenzt lange testen, so lange wie man möchte. Also gerne mal ausprobieren. Und bei Fragen einfach schreiben oder in der Facebook-Gruppe vorbeigucken. Bei Facebook einfach nach Stereo Trader suchen. Gibt es eine Gruppe dazu und es gibt eine Seite dazu. Also man findet uns auf jeden Fall und es wird auf jeden Fall geholfen. Also, danke an der Stelle. Ich freue mich für jeden, das ausprobiert. Hab noch einen schönen Restfeiertag. Die Sonne scheint ja, macht noch was Schönes heute Abend. Ich freue mich bis aufs nächste Mal und sage einfach Danke. Super, vielen Dank Dirk. Liebe Zuschauer, vielen Dank auch euch und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder um 19 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.